Musik und Malerei treffen oft zusammen, wenn eine Ausstellung zu atmen beginnt. Und genauso war es auch, als der in Ehrenberg lebende Künstler Jens Osada seine Ausstellung »Alles hat kein Ende« im Museum Alte Pfarrhäuser eröffnete. Etwa 40 Gäste waren dabei, um mit ihm auf 25 Jahre Schaffen zurückzublicken. Für was die Zahl steht, beschreibt Osada so. Die stehen an sich einfach im Raum. Ich habe ja irgendwann mal 1994 angefangen zu arbeiten, nicht direkt an einem bestimmten Datum. Aber ich bin 1994 schon mit den ersten Werken in die Öffentlichkeit gegangen. Und jetzt über die Kontinuität ist einfach auch mal ein Zeitpunkt gekommen, wo man Danke sagen muss, weil viele auch meinen Weg begleitet haben. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, 25 Jahre, nutze einfach mal so eine schöne Ausstellung mit vielen neuen Objekten, um richtig Danke zu sagen. In der Ausstellung gezeigt werden neue Arbeiten, Materialbilder, Plastiken und mehr mit einem bissig-humorvollen Zeitbezug. Geboren wurde der Künstler 1978 in der Nähe von Berlin. Zu Hause ist der Maler, Plastiker und Autor im Refugium Ehrenberg in Griebstein. Künstlerisch vielseitig ist er stilistisch wo zu Hause? Also eigentlich bergere ich nur ein einziges Gebiet. Meine Spezialisierung ist das Thema der Mensch und seine Gesellschaft. Und dazu benutze ich ganz viele verschiedene Medien und werde dann halt als vielseitiger Künstler wahrgenommen. Aber in Wirklichkeit interessiert mich nur ein Thema. Vorgestellt wurde zur Eröffnung an diesem 27. Oktober auch eine Jubiläumsausgabe seines neuesten Buches Lyrik- und Satiretexte, neue Materialbilder und konstruktivistische Collagen, gehaltvolle Wortkunstinstallationen und schräge Zufallsfotos. Dieses Buch ist Hommage und Verriss des Horte in einem, verspricht die Einladungskarte zur Vernissage und auch das Signieren des Buches. Nach seinen nächsten Projekten befragt, sagt der Künstler. Ja, meine nächsten Projekte sind einige Kurse mit Jugendlichen, was auch für mich sehr wertvoll ist, weil eben die pädagogische Arbeit wirklich an der Wurzel unserer Gesellschaft ansetzt, bei Kindern, bei Jugendlichen. Und es entstehen gerade viele neue Objekte im Atelier. Also das ist jetzt mit dem Buch gar nicht ein Abschluss. Das heißt ja nicht umsonst, alles hat kein Ende. Also es wird weiter wachsen. Und dann gibt es sicherlich nach der Winterpause wieder große Projekte nächstes Jahr. Auch im Außenbereich, im öffentlichen Bereich. Da habe ich ja dieses Jahr wieder Fassaden bemalt und alles. Und da gibt es sicherlich nächstes Jahr wieder größere Sachen. Die Ausstellung »Alles hat kein Ende« ist bis zum 17. November 2019 während der Öffnungszeiten des Museums zu sehen. Am 17. November 2019 findet um 15 Uhr die Finissage mit Lesung statt. Vielen Dank.